Guten Morgen, Freunde, Morning Roadtrip, 17. August 2023, 6.57 Uhr. Und dann die Zuschauer von YouTube, wenn ihr live mit dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Twitch-Account. So, Freunde, gucken mal, ob die Technik an diesem frühen Morgen so sagt. Ist ja immer alles ein bisschen risikobehaftet hier nach den letzten chaotischen Streaming-Tagen. Ich habe auch nie erwarten Startpunkt gewählt heute, heute, werdet ihr gleich sehen. Direkt am Umspannwerk, in Differenzen. Andy Music wird morgen mal löchen. Herzlich willkommen, Andy Music, der ist im Chat heute. So, da bin ich, Shigolan, Bude. Hey, Golan, halte ich hin. Hallo, Freunde, guck mal hier. Umspannwerk. Ist alles funktioniert, Freunde? Commodore Amiga, hallo, guten Morgen. Kommen Sie, oder? Die Elektrik. Commodore Amiga, Golan, Andy Music, hallo. Mit lenkenden Roadtrip. Muss nämlich wieder Potsdam holen. Ja, Freunde, und tanken müssen wir, was machen wir nachher? Auf der Autobahn. 130 Kilometer noch drin, aber das müsste reichen. Fahren aber nicht so schnell. Das ist teuer. So, wir testen mal. Wir Verrückten. Einen Ding habe ich schon, das rausgefunden hat, nicht funktioniert. Mein Ender-India-Kopfhörer. Können wir mal reinstecken hier. Ach, jetzt geht's. Ja, geht, ja, geht. So, also, was haben wir denn alle? Schönes für euch. Das ist mein Chatloben. Klickt da. So, dann Song-Anzeiger. Geht auf, wunderbar. Ab, so eine Playliste. Standgas heißt sie. GoPro ist abgeschmiert. Okay, wunderbar. GoPro ist abgeschmiert. Lernen wir. Jetzt müssen wir GoPro neu starten. Ich krieg dir erstmal das Umspannwerk bei, ne? So, wieder. Nee. Okay. Einfach, hallo. Genauso ist es ein Goulade. Das schöner ist ein Goulade. Die Beifahrer, also wir, sind wenigstens zuverlässig. Ihr Lütter. Technik selber. Nathalie, herzlich willkommen. Was los, jemt, der GoPro. Auch startet's nicht. Sebu, hallo, guten Morgen. Willkommen im Fummel-Stream. Oh, jetzt gucken wir mal, ob die GoPro wieder aktiv ist. Ah, sieht gut aus, wenn du guck mal. Jawoll. Ach, guck mal, wie das flackert. So, feiner. Ich drehe mal die Kamera wieder zurück, ne? Freunde, ihr verdünftiges Startfeld. Bis ha. Ja. Sebu. Hallo. Herzlich willkommen, Freunde. Beim Morning-Rutsche. Wir fahren jetzt ein bisschen länger. Wir müssen Post abholen. Wir müssen tanken. Wir holen jetzt einen Kaffee. Wir sitzen Content. Hier. Bopo, Lüfter. Staubig. Zerbu, wo kommst du denn überhaupt her? Aus welchem Teil der Welt? Musst du mir noch verraten. Ja, musikalisch. Heute Soft & Hard. Electronic Mix. Vier-Stunden-Playliste werden wir auch brauchen. Aus Bayern. Na dann, schöne Grüße aus dem hohen Norden zurück. Pass mal auf, Zerbu. Wenn du sehen willst, wo wir gerade rumstehen. Musst du mal da auf den Link klicken. Öffnet sich ein extra Fenster. Da erkennst du, wir sind hier im Norden unterwegs. Und damit gucken wir mehr. Alten Volvo. Hat dann runter 370.079 Kilometer. Wahnsinn. Der Volvo. So, Freunde. Wir fahren jetzt los. Ich hoffe, dass wir uns jetzt bewegen bei den ganzen Strommasten. Hier sieht man, hier überall. Da. Nee, da muss da. Da. Die Strommasten hier. Bis hier nichts abschmiert. Funktechnisch. Mal umspannwerken. Der Rest, ob es hier alles funktioniert werden wir sehen. Hier nochmal habe ich jetzt selber in den Tacho rennen Nathalie, guck mal, du siehst es ist stark bewölkt, 18 Grad, Regen hatten wir heute Nacht ein bisschen, aber es kann sein, dass es hier auch regnet. Gestern war nochmal so ein bisschen schwül warm gewesen, vielleicht sind sie heute vorbei. Aber wenn ich gerade hinter Kuma sehe, wie dunkel das da ist, also ich denke mal, dass wir noch Regen kriegen werden. Ich kann einen Blitzer mal dazu machen, da steht ein Blitzer, guck mal, war dazu das Auto. Das ist ein Blitzer Auto und hier rechts neben mir steht der Blitzer, äh links neben mir. Mitgehangen, mitgehangen, guten Morgen. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein Auto ist hier. Sollen wir fahren? Hier steht er. Eine Bandei, grün morgen. Morgen übrigens, Nathalie, mit Zeit gesehen, ja, sagt die App. Morgen fahren wir nach Hamburg und Sonntag wieder zurück. Ich habe geholt, ja, weil es zu dach wir sind. Ich habe geholt, weil es zu dach wir sind. Ich habe geholt, weil es zu dach wir sind. Ja, der war gestern mitgehangen, mitgefangen. Hallöchen. Der war gestern online gewesen. Seit langer, langer Zeit. Ich habe aber noch nie geradet zu ihm. Nach dem Rotriff. Ich weiß nicht, er hat doch noch einen Fisch gefangen. Habe ich nämlich nicht mehr gesehen, ob er noch ein Fischlein gefangen hat. Ja, okay. Ja, das ist jetzt Schicksal. Mitgehangen, mitgefangen bei mir als Stream. Stream-Abbrüche. Ich habe gestern hier meine olle Batterie rumgekummelt, stundenlang. Aber ich habe es hier geladen gekriegt, Freunde. Also wir können das Auto jetzt wieder ausmachen, ja. Oh, Nathalie, ich glaube, du dringend. Sieht nicht gut aus hier. Weil ihr müsstet ihr mich wissen, weil mein Router, wenn das Auto startet, ich habe ja so einen Converter drin. Aber durch die Spannungsspitzen beim Starten, richtig Stromverbindungen immer zum Router abneigen. Da habe ich eine Batterie zwischengeklemmt, die irgendwie ein paar Tage lang nicht funktioniert hat. Nicht geladen, ist gar nichts. Jetzt habe ich gestern zu Hause angeklemmt. Und jetzt gucke ich gerade ruf. Ja, sieht gut aus. Batterie ist voll. Die hält fünf, sechs Stunden, die Batterie. Und jetzt können wir wieder ein Auto rausmachen. Und uns einen spannenden Kaffee holen. Ich habe ja immer Schiss, wenn ich aussteige und ein Auto laufen lasse. Das wäre das Auto klautig, meine Jud. Würde seines Lebens nicht froh werden wegen meinen wehen Hunden hier hinten drin. Aber trotzdem. Gibt ja eh noch Idioten da draußen. So. Wollen wir es durch Stichelfahrt noch machen? Machen wir. Ich denke mal. Lass knacken. Moin, moin, mein Freund. Lass knacken. Fernzuggriff hier. Chrome Remote Desktop. Muss ich zu Hause meine IP-Adresse erfragen. Weil ich habe jetzt eine feste IP. Aber alle paar Wochen änderte die IP trotzdem. Muss ich nämlich bei mir hier in OBS eintragen. Und eine IP-Adresse. Sagt mal, Freunde, habt ihr auch das Gefühl, dass wir Herbst kriegen? Wie ist denn das? Irgendwie. Herbst, oder? Samstag, 32 Grad. Wo? Mit Jahren. Nächste Woche auch knackig. Berlin. Oder? Berlin. Ich werde es sehen. Wir werden das beide ausdiskutieren. Wir haben mitgefangen, ob wir 32 Grad erreicht haben. Ich habe ein bisschen Clip hochgeladen. Von dem wir gestern hier verkehrten, wo der Kreisverkehr in die Ball hat ist. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Bei YouTube hochgeladen. DJ Lockhead. Anzugträger per excellence. Da ist er. Ja. Guten Morgen. Ja. Lockhead. Meckren. Da ist er. Ja. 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 Das ist der Kino. Und da ist er ein Bremdchen. Na, das wird ein Prozess noch ab und zu mal hier. Schlinge. Hast du das eigentlich geklärt noch mit deinem Zuschauer-Bot dort? Wahrscheinlich, wenn er seine kleinen Schweinsäuglein morgens aufmacht, denkt er auch, guck da mal, was los ist. Na ja, guck mal noch, ja. Entschuldigung, jetzt überlegen wir mal, was da so. Manchmal kann man einfach nur durchschlagen, oder? Ich finde immer den richtigen, sagen wir mal so. Mit Schwark. Peitsche. Genauso ist es. Wow. Radio Hot Rod. Howdy, my friend. Es war Radio Hot Rod. Geile Show gewesen. Steve hat mir sehr gut gefallen gestern mit dir. Schön entspannt. Und Chrissi Bass. Chrissi's Bastel Talk. Guten Morgen Chrissi. Hallo. Und die Suba hinterher. Guten Morgen Suba. Nicht schimpfen, wieso war der cool? Ich finde dein Konzept cool. Da könnt ihr euch beim Radio Hot Rod, könnt ihr euch per WhatsApp Lieder wünschen oder so eine Wunschbox. Und dann könnt ihr Sprachnachrichten schicken, so zu ihm und so. Schön. Country, Rockabilly, Rock'n'Roll. Schön nicht schmeidig. Sehr angenehme Moderationsstimme hat er. Guter Typ, Freunde. Und entspannte Community hat er schon. Aufgebaut sich. Ja. 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 Google, was kosten so ein Follower-Scheiß kaufen? Äh, äh, Zuschauer-Bots kaufen. Da würde mir doch ein Ei fehlen, wenn ich da Geld ausheben würde, nur um da irgendwo L. War schön gewesen, wa? Super, beim Radio-Hot-Bot, so schüchterner Blick Richtung Tankstelle 1,82. Wir tanken bei dich, Freunde. Wir tanken lieber auf der Autobahn, das ist irgendwie billiger. So, Freunde. Hier wieder ein Fuggloch, hier ein Raffel. Bin jemand zurückkommen. Was du da gerne hast, so schön. Außerdem sind wir so eine Generation, Freunde, da ist Elvis. Ich war ja, als er gestorben ist, war ich vier Jahre alt gewesen. Ich hab das noch so ein bisschen in Erinnerung, in dem Westfernsehen oder so gesehen. Was ich noch ganz genau weiß, Freunde, als hier ein neues Space Shuttle explodiert ist. Das ist David, den Start, der sich noch wie heute als Kind am Radio verfolgt. Weil ich das interessant fand. Und dann haben sie gesagt, es ist explodiert. Kann man noch hören, Elvis, Freunde. Kann man hören. Kann man hören. Aber bei mir, ihr hört's, ich gebe euch mal die Playlist. Elektronische Musik, Freunde. Start, das. Ja, Radio Hot Pot, ja, aber die Tage, wie sehen wir im Radio Hot Pot. Mit dem Potz und der Lockheed, wovon ich rede, wird man wahrscheinlich das Problem nie lösen bei Twin Schwerpeile. Außer Commander Root nicht. Commander Root ist ein guter Pot. Den hat bei mir auch wieder entsperrt. Der sammelt Daten für die Auswertung für Twitch. Also der arbeitet mit Twitch zusammen. Commander Root könnte er lassen. Hey, die kommen nicht von dir, die kommen von Twitch. Die sind auf Twitch. Die wissen nicht auf jedem Kanal ein Radio Hot Pot. Was hast du denn, was zu tun? Kannst du nur mal blockieren, blockieren, blockieren. Ab und zu mal in die Lurperliste rin gucken. Und die gängigen Bots haben, das ist das ganze Tierwerk-Bot. Du findest aber auch EJ-Bot-Internet-Listen und E-Pots. Du vorhin im Funklochwald. Mal gucken. Ja, komm, Last Commander Root den Lastverarbeitung, der darf. Genau. So, schauen wir mal. Machen wir die Scheibe sauber hier, weil die ist völlig leckert, sehe gerade. Machen wir die Scheibe sauber. Internet. Gerade von 5G ins schlechte LTE wechselt. Ich würde mal in die Pause kurz machen, ja? Ich würde mal in die Pause. Ja, 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 ja. So, raus aus dem Funkloch bald, da bin ich wieder, Radio Hotrad, ja, danke schön mein Freund, dass du da warst, ich wünsche dir einen entspannten Tag. So, raus dem Funkloch bald, da bin ich wieder. Na, im ersten Regentröpfchen auf der Scheibe. Gucken wir mal. So, raus. 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 So, ra. So, raus. So, raus. Der erste guten Morgen beim bewölkten Morgen Roadtrip und Trendsteady ist auch da, pet organisch. Also der Entenregnet schon, da, da Entenregnet schon. So, ab auf die Autobahn Richtung Tankstelle. Käpfchen, wir machen mal den Batteriecheck. Die Batterie ist voll von der Heideglobe. Wir können nachher das Auto ausbauen. Neblig, so ein Kunstnebel. Der erste. Tropischer Liebe. Der erste. Der erste. Der erste. So, der Pomat entspannte 105. Winke aus und gleiten allein mit entspannter Mutter, aber ein paar Herd haben sie auch eingeschlichen. Also first, das Wetter stimmt dich schon auf den Herbst ein. Aber die Welt dreht sich immer weiter, so seit Milliarden von Jahren. Ja, da hinten, ganz hinten am Horizont sieht es ein bisschen klarer aus. Gefahrenes Licht, Freunde, genau. Gucken wir mal. Ah, Gröner! Ja, so mal da, wo du bist, gibt es kein Unwetter, weißt du? Da ist der Wettergott wenig mit dir. So, funktioniert alles? Wollt's wieder vergessen? Jetzt meinerseits erst mal ein Mod loben. So, ich bin ein Wettergott. Und los, ich bin ein Wettergott. Na, Regentropfen, die an mein Fenster klopfen, hätte ich. Oh, guck mal, Freunde. Man hat endlich Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Verrückt. So, ich bin ein Wettergott. Viel Spaß im Lörg, meine Beste. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Ja. Ja.. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Nur der Boot macht alles gut, sehr gut. Einzelne würde ja alles schneller gehen, so first. Aber ich weiß nicht, warum der Router so ewig braucht, um wieder eine Verbindung herzustellen. Habt ihr ja mitbekommen. Blinkt dann immer, blinkt dann immer und dann irgendwann... Aber Freunde, davon lassen wir uns nicht schocken. Ganz andere Probleme bewältigt. Denn Technik... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Herbert, guten Morgen! Herzlich Willkommen! Genau so mache ich es auf the first. Ich klaue dem Router den Strom hier an meinem Konverter. Oh, Gröne hat es mit dem Royal 1. Das ist ja der Hammer. Ich verzichte mal auf Schiebung, Gröne. Dann schalte ich den Konverter wieder ein und dann blinkt es und blinkt es. The first. Gönn doch mal dem Gröne seinen Erfolg. Okay, was ist das? Die Wesen Street Parade? Kenne ich nicht. Ja, war der Zimmer. Naja, der ist slow. The first, könnte ich sagen, was der Grüne macht. Wenn ihr nicht schädtet nach zwei Minuten, geht euer Dino weg. Und ihr wartet immer, bis ganz wenige Dinos nur da sind. Das schlägt dazu. Die Wesen Street Parade Nee, kenne ich nicht. Wo waren das die Wesen? Du meinst, in Berlin die Nähe, da war ich nicht. Das war ja auch ein riesen Hiccup, Herbert, ob die überhaupt stattfindet oder nicht stattfindet. Da war auch, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, Herbert, die mediale Aufmerksamkeit war da ja auch sehr, sehr bescheiden gewesen. Zürich, nee. Zürich, nee. Nee, nee, Freunde. Ja, cool, weil ich ein Fuchs bin, mein Freund. Ja, cool. Mr. Treppe ist resubbedinglich zwölf Monate. Dankeschön und verrückte. Ein Jahr lang bei Fahrradteuren. Ein Jahr lang Fahrgemeinschaft. Ich bin in der Abo-Falle. Abme ein Jahr lang. Auch Wasser recht. Auch Ein Jahr langs. �. So muss ich gucken, wie ein Job, wie ich denke, geht der Rippen. Ihr habt vielleicht keinen Jambi Urquai, der hat doch so ein bisschen den Kärbe jauen. Mr. Treves, Wahnsinn, mit einer Erkrankung. Mr. Treves, Wahnsinn, mit einer Erkrankung. Mr. Treves, Wann waren denn das? War denn 91 oder 2000er? Mr. Treves, nicht mehr. Wir hören noch nichts mehr. Mr. Treves, Wahnsinn. Mr. Treves, Wann? Mr. Treves, Wann? Mr. Treves, Wann, das ist ja, wer denn? Mr. Treves, Wann, die Wann haben. Mr. Treves, wirklich? Mr. Treves, Wann, das ist ja, wer denn ist er? Hier war es also mit 2000 Anfangs Ende, also Mitte 2000, aber da war es jetzt hier. Da hast du bei der Einweihmungsfeier, das stimmt, ganz laut, wenn du Chabiro Koi spielst. Let's revival! Ah Björk, das stimmt, Lars, Björk, aber die Mabel ist durchgeknallt, hab ich mal gelesen, die hatte irgendwie irgendeine Reporterin auf die Schnauze ja ausgemacht und da, Björk, hab ich auch kein Hochbesuch da gehört. Ich konnte nicht die ganze Zeit, meine Big Song ist von Björk. Jetzt hast du mir wieder was in den Kopf bepflanzt. Tricky, klar, wirklich Tricky. Bisschen Mann, ja? Bist du da wahr? It's all so quiet, genau. The first, richtig. Tricky hat's auch Trip-Hop gemacht. Ist das nicht Trip-Hop? So gut, ich fahre doch. Bist du, ist Trip-Hop, oder? Trip. Ja, stimmt. Etwa ein bisschen Drum'n'Bass-Trip-Hop machen. Das stimmt. Schön ruhigen Drum'n'Bass und ein bisschen Trip-Hop dazu. Die Augen auf geht's. Was sind die Hochbesucharm alert? E-VZ Der alte Schlingel mit der Bier-Nady, da ist er, E-VZ, guten Morgen! E-VZ 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 Genau, Gott loben, die Prozent habe ich aber schon von dir immer, habe ich heute mal dran gedacht, die Prozent. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, Pannenautofreunde, Platten hinten. Wurde gleich mal gemeldet. Tschechien, genau. Aus der GSSR. Früher war er in der tschechisch-slowakischen Republik. Da war er in der tschechischen Slowakai noch zusammen. So, Pannenautofreunde, 40 Kilometer im Tank, Tankstelle voraus. Der kleine Molbo. Wurde aus der tschechischen? Ja, alles ist im Wandel. Ich habe auch gedacht, das ist eine voll-disch-serie. Hier, naja, so kann man sich täuschen, ja. So, Pannenautofreunde. So, Pannenautofreunde. Na, ich sehe schon. Ey, wisst ihr? Aber jetzt frag mich, warum ich diese tolle Video geschnitten habe. Da hat fast einen Tag gedauert. Ihr wollt es nicht sehen. Stimmenseitung. Mitgehandelt gefangen. Was ist los? Na ja, mach mal ohne Freunde. Ja. Tja, auf furchtbar meiner Frisur. Guckt mal hier auf meine Rings. 1,89. 1,80. Ja. Da hat man es sich spart. Gucken wir jetzt hier. 1,80 der Diesel. Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Ich kann manchmal wenigstens eine andere kurze Video an, oder für euch? Ja. 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 Schöner Sonnen, oder? Wir hatten vorhin ein Brett gemacht. Ja. Da war da jener mit Brett. Ja. 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 Ja, dann bin ich gleich zurück. Musik 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 Das war's für heute. 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 Besser als abgeschmiert. Ich hab mir auch eine Laugenstange gekauft, die wir jetzt ganz gemütlich verspeisen können. Ja, der Kaffee. Okay, also sie hatten fast einen neuen mir machen wollen, weil beim Runternehmen aus der Kaffeemaschine ist er hier verkleckert. Das war alles, das ist alles ausgelaufen. Aber ich hab gedacht, komm, lass sein. Aber da draußen extreme gerade sind Leute, die warten. Das hab ich natürlich nicht gesagt, aber hab ich mir gedacht. So, Laugenstange mit Frischkäse. Frisch, sehr frisch, Freunde. Ich denke mal, gestern Abend schon gemacht worden. Ich hab Schnittlauch drauf hier. Ich hab Schnittlauch drauf hier. Ne, Schnittlauch gibt's doch gar nicht mehr. Hier war ich noch Schnittlauch drauf. F cells. Richtig, Freunde. Ich denke, bei Neuschwäne. Na ja, wir freuen uns weiter. Ist halt nicht mehr so wie früher. Heut mich dann, ja. Oh, die Ampel ist grün. Wir nutzen unsere Chance. Hey, ich wollte nicht, dass du wieder anfängst hier, dass wir heute wieder zum Alterans-Team machen. Gestern kamen schon die ersten Beschwerden, wenn wir über Krankheiten gesprochen haben. Das ist klar. Aber EVZ, der Wille war wenigstens da, wirst du mich zu loben. Wir müssen eigentlich in Funkloch eingehen. Danke schön. Ich wollte nicht nur entspannte Musik wieder machen. Ein bisschen mehr Bara. Obwohl ich es noch haben muss. 1066 Mal Schnelldruck, bohren die Musik. Und die EVZ. Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben den EVZ noch niemals gefragt, was EVZ bedeutet. Das steckt da bestimmt um auf die Dach. Wir haben den EVZ. Das macht nichts und ein Schnelldruck im Zimmer. Nix, ein Schnelldruck. Prost. Eishockey, wieso Eishockey? Eishockey, wieso, wer kam auf Eishockey? Et von Schleck. Ihr könnt euch bewerben. Fahrer gesucht. www.mf-log.de Nochmal die andere Kamera. Wir suchen Fahrer. Alles klar, ich wollte. Wir suchen mal das Kennzeichen SKS. Mich würde mal interessieren, wie weit weg ist von uns hier. S und K. S wie Straße und K wie Katze. Ja, wir haben mitgegangen, aber da kommen auch wieder ruhige Songs. Every fucking day, Freunde. Die Technik Highlight. Und wie gesagt, wie gestern war, dass die Batterie auch nicht kaputt ist, wenn sie wieder funktionieren. Das sind so die kleinen Freuden im Leben, die man als Streamer hat. Die Technik Highlight. Bei uns. Böverkauf das Band? Die Fahrer hießen bestimmt Lolleck und Bolleck. Lolleck und Bolleck. Saale Kreis, naja, das mein ich doch. So weit weg wie Bolleck. Da kann ich mich nicht als Fahrer bewerben. Ich hab letztens gehört, Freunde, dass knapp hunderttausend LKW-Fahrer fehlen. Muss ich mal vorstellen. Bolleck und Bolleck. Riding Ladders. Bolleck und Bolleck und Bolleck. Drei Probele. Bolleck und Bolleck und Bolleck und Bolleck. Bolleck und Bolleck und Bolleck und Bolleck. Bolleck und Bolleck. Bolleck und Bolleck und Bolleck und Bolleck und Bolleck. Bolleck und Bolleck und Bolleck und Bolleck. Bolleck und Bolleck und Bolleck und Bolleck. Aheleben oder Bolleck? Kugeln mit Mont Kindern. Pizza am Morgen vertrieben. Kann man uns noch aus faith ist. oder Kekse. Genau Björn. So was blinkt da vorne. Garsten, Battle Royale aus Jaunen. Guten Morgen. Moin Garsten, hallo. Da war aber noch nicht der Test im Garsten. Der Cover-Test steht noch aus. Der Cover-Test bestanden. Und Virtual Hub bestanden. Sehr gut. Der Cover-Test steht noch aus. Ja, warte. Nicht genug Regen auf der Scheibe. Komm hier, kriegst du noch ein bisschen mehr Wasser. Aber es könnte sein, Freunde, dass wir da hinten, wir sind jetzt strictly on the way nach Berlin, gröner als Battle Royale geworden. So, Freunde. Jetzt aber alle Schiebungen, alle Schiebungen. Ja, zweimal Battle Royale geworden. Geht gar nicht. Trocken lecker. Aber da musst du eine raue Zunge haben. In der EVZ kannst du schön, hier die Insekten-Restonate leckern. Ja, grüne. Also erst mal die golden regnen hier für den Grüne. So, wir machen jetzt hier Biopause, Freunde. Und dann könnt ihr gleich mal gucken hier. Die Flügel von den Windkraftanlagen stehen hier, Freunde. Guckt mal hier. Riesen Dinger. Unglaublich. Rainblood Slayer, ja. Alle Sondermilja. Irgendwann ja. Oh, toll. Jetzt putzen die hier das Klo. Und du musst pinkeln. Wir are cleaning for you. Guckt womit. So lange sind Kabel nicht. Ich hab keine Flugverbindung für die Gogo. Ja. Picklick hier irgendwo ist ne Scheißjahr. Picklick irgendwo auf dem nächsten Rastplatz. Ne. Wallachei. Ja, sauber. Ob sie das Ding noch sauber kriegen. Wir fahren weiter, Freunde. Kann man nicht keine Biopause machen. Patheta-Regeln, ja. Auf geht's nach Wallachei. Ist doch irgendwo ist die denn die Wallachei? Ist die in Rumänien oder so? Lass mich einfach nicht rücken. Hier sind schon noch ne Biopause-Platz, Freunde. Kommt noch einer. Zimalachai. Sag doch, Rumänien. Ja, aber weißt du, du musst mal bezahlen, weißt du? So. Aber könnte sein, dass wir da hinten noch ein bisschen Sonne kriegen, Freunde. So. 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 Aber ich sage euch, ab einem gewissen Level ist das so, dass man das alles nur noch am Laufen halten muss, Freunde. Das ist aber auch schon, das ist auch schon Zeit. Das hat natürlich eine Strichdurchrechnung gemacht. Das kann ich mir vorstellen. War hier auch nicht schön in den letzten Tagen. Ja, ich weiß, du bist doch nicht allzu weit weg von mir. Das hätte auch ein schöner Strandurlaub sein können, ja, so mit 29 Grad, schön am Meer liegen, Sonne. Kölpinsee könnte das sein, ja. Ja, langsam trudelt die alle wieder ein aus dem Urlaub. Genau. Nebel des Grauen Skolan. Versteck dich in deinem Zimmer, Skolan, nicht, dass der Nebel dich umfängt. Du müsstest ja bald losgehen, ha? Trendsteady? Weihnachtsgebäck? Mathilda, guten Morgen! Herzlich Willkommen! Wir sind gleich bei Drehs-Wolfen-Rutter. Na gut, wir sind gleich bei der nächsten 4.000 Station. In ihr Kopfhörer ist alle einer. Scheiße, das ist auch nicht bedeutend. Müssen wir aufladen hier. Was ist los hier? Warum lebt der nicht? So gefummelt jeder wieder wunderbar. Oh, da reden wir ansteigen, linke und linke Emojis. So, der nächste Video-Pause-Versuch. Schöne ist neu, der ist neu, der Video-Pause-Platz. So, ich bin gleich zurück, Freunde. Bis gleich. Bis gleich. Musik Et al mitgehanen mitgefangen wird hier im Chat gleichermaßen gefeiert und verehrt. Man munkelt, dass allein durch seine Anwesenheit Frauen und Felder wieder fruchtbar werden. Musik I'm live. Guten Morgen. Musik I'm live. Musik I'm live. Musik I'm live. Musik Musik Und ich sage euch, Freunde, Zuma, Mathilda, naja, die Damen-Toilette, naja, dann gehe ich lieber auf Männer-Flo. Musik Kleine Kritik an den Frauen. Musik Musik Und der vor allen Dingen wird gern mitgefangen, denn der schnitzen konnte nicht hier auf Twitch. Musik 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 Ja, die gezahltung sind schon in Ordnung, stimmt. Aber die kostenlosen Dinger, die sind.. Ich müsste mal lieber über den Boden schräben, wenn man da hingeht. Musik 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 Das ist richtig, oder? Es gibt hier ohne Hinsetzen. Das ist quasi auch meine Pro-Training, Matilda. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich glaube, die Wolkenphase hinter uns gelassen. Geradezu sieht es einigermaßen aus, Freunde. Du siehst es noch nicht ganz so, aber wir könnten jetzt ein regenfreier Stream werden. Das ist ein bisschen der 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 drängelt, na klar. Hinter uns wurde die drängelt. Lichthupe, volle Programmen. Gefahr mal, mein Freund. Richtig schön, die Wetter ist was Feine. The First hinterfragt doch bitte so was nicht bei Gröne. Vielleicht kommt es noch bei Tilda. Becci, hallo. Winkende Hand, hallo Becci. Guten Morgen Becci. 110 kmh fahren wir. Stimmt. Mach mal kein Halle-Bashing, Matilda. Halle ist eine schöne Stadt. Ach, haben wir heute Morgen wieder vergessen. Jetzt mal für die Neueren, die gekommen sind. Ich hoffe, ihr habt dran gedacht. Blick auf Blick. Hier ganz wichtig. VZ war Fox. Der Fox überblendet die VZ. Tut mir leid. Witz. Der XT jetzt er Shooter quer. Wer g wart lieber nicht, ? 1 pop. Homeương IP Neueren Der Rabbit-Action geht, da drückt jetzt keine Tasten in den Quot-Set, dass wir hier den Rabbit-Action genießen können. Ein bisschen Sonnenflieger, Freunde. Zwei Minuten wären noch lang, oder? Vertraue, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist voll blöd hier, weil man eh nach Indien kommt, wie wir alles wollen, als ich nur die Tränen höre hier. Mono. Naja. China Burner, aber ich muss die Brülle machen. Schlingelung. So, ich hab's euch versprochen, da ist die Sonne. Ey, Grün hat schon wieder gewonnen. Überschiebung sehen, kommt, Freunde. Grüne Bashing jetzt hier, voller keiner kommt. Äh, ja. Alfheim. Werder, Alau, Wormsorgen. Werder, Bord. Merde. Werder, Bord. tuna. Der Händel. Ich bin manchmal the first, wenn ich einkaufen gehe, nehme ich Handy mit und lasse Musik laufen oder so. Und hab auch immer immer Kopfhörer drin und dann an der Kasse dann immer verstehe ich sie aber nicht. Puppen sie immer ganz blöd. Was liegt denn hier verteilt? Das ist alles wie ein Marder. Was ist das, Freunde? Ja, so. So fällt mir die Chine. Was ist das, Freunde? Fetter Song, Froschifrosch, guten Morgen. Die gucken alle, glotzen alle zu und hören die Musik, Froschifrosch. Ja, ein bisschen tief geförstet, stimmt. Schicksal Speed. Schicksal Speed. sag mal habt ihr bereich auch diese gaubenschmausdinger diese hähnchengrillautos die gelben hier habe die letzte mal hinter hamburg auch gesehen muss wohl nicht ziemlich so eine franchise sache sein kreaktiver name für so einen berathienchenverkäufer ein bisschen laden lassen mit dem dingchen gestern abend habe ich so ein bisschen also gestern waren es 37,8 und dann habe ich so einen accpulver oder sowas genommen und da waren nach einer stunde 36,9 willkommen zurück mit meinem kaffee sehr gut ich würde ja meinen termin bei irgendeiner arzt kriegen das ist ja schwierig ich habe gestern versucht glücklicher gehen ich weiß nicht, ich habe seit der woche abends immer fieber ich fühle mich auch so leicht grippal infiziert so ein stich dann ist es auch eh noch übel oder sowas ich weiß gar nicht ob ich schon mal jemals so einen stich hatte weil ich ja nicht so ein sondenanbeter bin ich glaube jetzt könnte gleich nochmal das internet wissen signieren ich glaube jetzt könnte gleich nochmal das internet signieren das ist ja nicht so einfach was wie was im arzt zu finden wo ich privat patient bin ein letzter hausarzt ich weiß nicht ob du den noch kennst war dr pole hieß der aus frisak der ist lange nicht mehr aktiv da bin ich noch dr pole bin immer reingegangen und dann habe ich zu ihm gesagt hallo herr pole wie geht es ihnen und dann hat er gesagt sein sie ruhig setz sie sich hin ich stelle hier die fragen so war dr pole das ist nicht einfach ich will nachher mal versuchen ich habe noch ein tippe gekriegt eine neue ärztin bei uns da die vielleicht auch patienten annimmt was ist denn da jetzt sehe ich jetzt erst hier ich bin doch nicht so bistig deinem ex ne ich meine meine haare kommt das ist immer schwierig das ist genauso schwierig wie einen arzt zu finden einen guten Friseur zu finden ich habe jetzt eben ein bisschen Männerversorg ein bisschen Männerversorg oh die EPSA Pizza Freunde ja vielleicht Montag wenn ich Montag einen Termin kriege so auf einen Blitzer raus gehen wir raus das steht doch das sehen doch nicht falls wir auf alle Fälle ein paar Blitzer einsammeln ja da steht da Blitzer Patzer das ist ja Nummer 2 das ist ja Nummer 2 das ist ja Nummer 2 aber wenn man so ein bisschen umzieht dann brauchen wir nur einen neuen Friseur weißt du ganz früh ganz früher war ich mal mal Modelle gesessen in so einem Dorf Friseur bei so einer Auszubildenden ich habe mich gefragt ob ich hier Modell sein will weil die brauchen ja auch immer Modelle nein mal gesagt komm ach erstens Schnitte waren mhm mhm sah ein bisschen aus wie Karl Arsch von der Rennbahn aber ja an die Berliner da draußen falls ihr gerade irgendwie unterwegs seid ich glaube ihr werdet bald Regen kriegen weil wir fahren jetzt auch wieder Richtung Regenfront der Armleife ich habe ja erhofft irgendwann dass mir die Haare ausfallen weißt du dass ich mir die Friseurkosten spare aber wächst und wächst bei mir du für einen guten Friseur würde ich tausend Kilometer fahren Freunde Hitze-Lockdown gibt es heute nicht wo wir glänzen muss ich ein bisschen lachen Ostseewelle gehört habe Juli der Juli war der heißeste Monat seit Erfassung der Wetterdaten ich weiß nicht ich bin ja alles klar was erzählen die uns meinste wir kommen von Frankfurt am Main bis hierher Golan ich habe übrigens gestern musste ich gar nicht denken Golan Realee sehen wo Tiktok nie oder für YouTube der heißt ja Short Frankfurt am Main haben sie gesagt ist nicht mehr so die Stadt zum Leben fluckt wohl da nicht mehr so richtig im Frankfurt am Main dann hast du aber alle für den guten Geschmack bei deinem Kollegen hast du jetzt 200 Kilometer zu dem Friseur fährt und du auch da bist bei diesem Friseur wie ist denn eigentlich Freunde die Verteilung von meinem Mikrofon lautstab und zur Musik das wird angenehm für euch hört dann meine Stimme gut dann wollen wir mal da nicht rumfummeln ne an der Bahn am Flughafen ja also jedes Mal vom Stream oder wenn ich streame müsste man mich daran haben ich kann mich daran erinnern Nikola hat die Finger von den OBS-Einstellungen von den OBS-Einstellungen ey Armelef da musste ich so lachen als wir das erzählt haben meine Ostseewelle ich bin ja hier oben in McPomp ja der Anzi Juli da war ja ich sag mal zu 80% nur Regen gewesen alt hat ja manchmal morgens wenn ich überlege morgens losgefahren 10 Grad die letzten zwei Tage war es ein bisschen wärmer gestern war aber auch so 25, 26 Grad warum war das gerade so trüb gewesen auf der Anzeige habt ihr neue Seenprecher ne ist das Internet-Giraffe ist das Internet-Giraffe? ist das Internet-Giraffe? ne das ist mit der Geschichte oder das hier liegt denn ne das war eine Reflexion bei mir hier alles gut ne das ist jetzt echt insekten Dreck gut wir hatten ganz kurz Sonne Freunde jetzt geht der Regen wieder los wagen vor zehn Augen was für ein Text du hast für ein Text Freunde in dem Song du hast Oh, Gott. Wir sind noch nicht froschig, froschig. Danke, Björn. Wir haben ja gestern darüber philosophiert, ob es vielleicht ein Zeckenbiss war. Ich habe eigentlich auch schon Gliederschmerzen und so seit Wochen. Deswegen will ich wirklich immer zum Arzt gehen. Ich sehe nicht, dass es diese Boreolose ist oder so ein Scheiß. Den Zeckenbiss hatte ich nicht gehabt. Ich habe nichts zu sehen. Ja, Marco, Mathilda. Ich meine, es ist ja nicht ganz unrealistisch, weil ich ja ein Jäger bin. Das kann ja auch schon monatelang her sein mit dem Zeckenbiss. Na ja, gucken wir mal. Wer wird euch unterrichten. Björn, mein Bester, danke schön. Danke nochmal für 23 Monate. Re-Sub, mein Freund. Ich wünsche dir einen entspannten Tag. Ich weiß nicht, wie froschig was. Ich habe mich gestern verrückt gemacht. Ich weiß nicht, wie froschig was. Ich weiß nicht, wie froschig ist. Ich weiß nicht, wie froschig ist. Ich weiß nicht, wie froschig ist, wie froschig ist. Das stimmt. Ich kann monatelang, fast jahrelang, ohne Blut irgendwo überleben, die Bieste. so wechseln wir mal in ihr kopfhörer da nur noch ein bisschen strom aber ich glaube auch ich glaube es ist ein bisschen zu sagen aber und 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 Na ja, Armner, dann steht wohl die nächste Investition an. Ein Billigbrunner, ja. Man soll ja auch neu konsumieren, nicht? Warum sollen die doch was bauen, was mal ewig hält? Das widerstrebt ja jeden Konsum und Gedanken. Ein bisschen Frosch, da bin ich noch nicht dran. Was sprecht ihr denn, Frosch? Vor allem, das ist immer ein Punkt, der kommt immer zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr. Im Endeffekt, dass mein Kopf heiß wird und der kommt jetzt wieder tagsüber. Kein Problem. Obwohl ich auch so leicht merke, dass es schlimmes Beleg ist, leicht schnupfen und so. Ja, das ist immer. Ja, das ist immer. Ja, das ist immer. Ich denke, dass der Schlager wird und dass die Schlager werden soll. Das ist immer wieder dringend. Ich glaube, dass er hier nicht so leicht ist. Ich würde das nicht so leicht machen. Ich würde auch sagen, dass er denn auch nicht so groß ist. Ich habe gestern eine Reine gesehen von einem Tüten, der mit dem Fahrrad durch die Welt fährt. Wie gesagt, in keinem Zeitraum gar nichts, der fährt schon seit, keine Ahnung, seit zwei Jahren, Iran, Irak, Afghanistan, überall, und der hat ein bisschen Geld, der hat mir gerade erzählt, hier finanziert, am Anfang hat er einen normalen Job, hat sich 18.000 Euro zusammengespart, ist dann losgefahren, und jetzt lebt er von YouTube, von seinen Videos. So ein Astralform, man, als Geist, Artlife. Das ist schon krass, so eine Leute bewundern euch. So, wir sammeln jetzt ein paar Bezahlen. Da kennen wir nichts. Meinst du, mit denen, die umhergehoben ist, die Weltgeschichte gewesen? Da ist man nicht der Erste. Abendlife, der sowas macht. So, Blitzer Nummer drei, Freunde, an der Ampel hier. Ja. Wahnsinn, oder? Gibt ja auch genug. Ich meine, wenn man mal realistisch betrachtet, selbst auf Twitch gibt es ja genug Reise-Content. Auf alle Fälle besser als Fernseher, das stimmt. Guck ab dem Fernseher mehr, Freunde. Zuma, Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schöne Grüße an den Lim, bitte, ja. Morgen gibt es einen Roadtrip nach Hamburg, wenn du morgen früh bist. Na, ich deck mal ab 8 oder so. Ich vergleiche es immer Abendlife mit den Fußballspielern und wo auch die Formel 1 sich wichtig ist. Ich meine, die haben sie ja nur fast totgemacht, die Formel 1, aber ist so wirklich schon stellenweise überzogen. Ich weiß wahrscheinlich nicht, dass ihr dabei sein würdet. Und dafür ein große Dankeschön, Freunde. Ja. 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 Letzt Take. Ja. 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 Wenn ich auch sehe zum Beispiel, um mal wieder zum Thema 7 vs. Wild zu kommen, werden die ganzen Streamer da zum Beispiel genommen haben. Aber wenn man sich den Content von denen anguckt, dann ist es nicht, dass sie so millionenschwer werden, krass, oder? Ja, natürlich. Das ist ja ein bisschen Gummer und dann musst du ja noch rechnen, die Trainer, die hat so Personal dazu, Musik bei alles. So, Freunde, wir haben hier ein bisschen Funkloch in der Fahrt, ja? Ja, brennst du in die Klasse, okay? Haut eure Punkte raus, Freunde. Aber wisst du, Mathilda, letztendlich, wir haben jetzt alle in der Hand, wisst du? Das ist immer eine Sache der Mehrheit, aber der Mensch könnte viel verändern, aber wir sind alle letharisch geworden. Und dann gib euch nochmal ein kläden Autovideo, bevor ihr das Internet abschmiert. Ah ne, Mike, lieber nicht. Nicht, dass es jetzt hängt, dann klemmt das Video da. So ist es, Trends, Abi. Na, wisst du, Armleiter, ich sehe das eher so. Ich meine, dieses Untergang, Aufstehen, Neumachen, das ist schon immer Teil unserer Welt gewesen. Oh oh, ich stehe euch mal kurz in die Pause. So, ich sehe euch mal kurz in die Pause, ich sehe euch mal kurz in die Pause. Punkt noch überstanden, da bin ich wieder. Habe ich letztens einen ausführlichen Bericht darüber gesehen, Trendsteady, mit der Geschichte des Dollars, das sie in den 17 Jahren entkoppelt haben vom Gold und damit quasi der Verfall des Dollars begann. Oh, Blitzeanhänger, Freunde, klar, natürlich. Jetzt stehen wir hier, warum habt ihr gesehen, der Blitzer? Bis zum nächsten Mal. Was ist hier los, Freunde? Ah, guck mal hier, Baustelle, dazu sagt, was das hier, Baumschnitt. Kann ich euch mal empfehlen, wenn euch interessiert, guckt mal Kettner Edelmetalle auf YouTube, bei einem sehr informativen Kanal. Oder Vermietertagebuch. Oder Aktien mit Kopf. Ja, ich muss Post abholen, Radio Hot Rod. Und deswegen, wir fahren, wir kommen noch mal die gleiche Strecke, fahren wir jetzt noch noch mal zurück. Also vier Stunden werden wir heute vielleicht knacken. Ich muss mich mal ummelden. und dann freugt nicht mehr so viele Merkuchen. Und dann freugt nicht mehr so viele Merkuchen. Ich muss mich mal ummelden. Und dann freugt nicht mehr so viele Merkuchen. Und dann freugt nicht mehr so. Ich bin mir auch immer mit dem. Nächster Blitzer zur Nummer 6. Danke schön Froschi Froschi. Ne, Gründerwatte, hier liegt ja. Da kannst du gucken wo ich gerade bin. Danke schön. Komm wir machen mal einen kleinen Refresh-Sprende. Bis zum nächsten Mal. Jetzt, 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 jetzt. Mitgehangen, mitgefangen, mach mal den Command-Painpoint. Haben wir schon lange nicht mehr gehört. 38, es steht hier, warum ist hier 30? Ach so, Baustelle. Das ist klar. Wohin haben wir den gehört? Ja, wo war ich denn da? Eine Tanke oder was? Okay. Ab hier holen. Innenfeld. Prenze, die geht nicht. Kann nur mitgegangen. Kann doch nicht über Igmar. Auf dem Klo, gell? Wiesel. Brauen Klo. Ich kann den testen, wenn ich ein Mixed-Happer drin bin. Bei mir, muss ich ja auch gucken, ob es funktioniert. Aber hier auslösen im Stream des Streams kann ich den nicht. Ja, wir fahren langsam. Überfahren der Fuchs. Ah, fett, das ist einfach. Das muss ich lauter machen für mich. So, Grüne. Und jetzt das vierte Mal Battle Royale-Events, dann ist was los. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Ich weiß ich nicht. Ich muss mir noch was überlegen. Ja, richtig, das ist die Schiebung schon im Vorfeld. Warum? Nächster Blitzabbringer, müsste eigentlich der letzte sein, sieben Blitzabbringer. Ja, vor allem die Bähnenmobilen, willst du sagen? Die, die wir hier eingesammelt haben, oder die drei, die stehen an Stellen, da ist nichts. Das ist nie Gefahrenpotenzial. Schrauben nachziehen, warte. Jetzt mal gleich nochmal, genau, für Grüne und für den Golan. Grüne hat schon wieder gewonnen. Merkt euch das mal bitte, ja? Hier mal Grüne, Battle Royale abgerissen. Schiebung. Schiebung. Ruhe, Ruhe schiebung. Schön. Willst du das? Wenn der Schienbefehl nicht macht, der ist der Meinung, dass Gröne das hier fair macht und fair spielt. Denkt mal drüber nach, wer 4x Battle Royale gewinnt. Genau, Mathilda. Per Maschinen. Da denkt man, so ein T-Shirt, der ab bis einer heilt. Jetzt haben wir aber Abklingzeit, einfach ausrufezeichnen Battle Royale. Dann startet der und per Zufallsgenerator, eigentlich sollte er per Zufall, dann kämpfen die Dinos gegeneinander. Und per Zufallsgenerator wird dann ausgesucht, wer gewinnt. Oh. Na ja, nur nach 2 Minuten geht der Dino weg, wenn du 10 Minuten nicht geshattet hast. Aber sobald du wieder shattest, taucht der Dino wieder auf. Ich hab dir zu eingestellt, weil sonst wäre unten alles voller Dinos. Die Lurker werden auch nicht angezeigt als Dino. Weil die Lurker lässt man in Ruhe. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und dann wieder nach zurück. Ich habe nämlich eine neue EC-Karte bestellt. Ohne EC-Karte, gültige, kann man kein Geld abheben. Hier im Dörfchen schicke ich euch gleich wieder, Spaß, Kasse, ja. Im Dörfchen schicke ich euch gleich wieder in die Pause, weil da ist kein Internet und dann bin ich ein paar Minuten wieder zurück in die Mickey-Maus-Pause. Ich habe keine Ahnung, Golan. Für MC Helium kommt der wieder her, aber frag mich warum. Dankeschön, Froschi Froschi. Ja, ich mache für euch immer so wie immer eine schöne Musik zusammen. Ich mache exklusive Playlisten für die Schweine. Ich mache exklusive Playlisten für die Schweine. Jetzt ist die Welt noch in Ordnung, aber gleich wird es schlecht. So, ab hier können wir die Holperstraße hinter uns bringen. Dann geht's ab in die Pause. Bis gleich, Freunde. Dann진 Und ne, wir alles schon. Und ne, wir alles schon. Ich kann immer bei einer Gruppstung arbeiten. Ich glaube, überall guckst du schnell aus. Vorher war USB ab, weil da kann kein USB mehr kommen. Vorher gesehen habe, die gibt es auch mit Bluetooth. Ich glaube nicht, dass wir so großartig mit Bluetooth-Verbindung haben. Weil es dann im Prinzip bei den Kunden ist, das ist immer sehr anfällig. Daindo está. Da grounds bei Word, da oben. Bei wo? fALto? Das war's. Da bin ich wieder, die EC-Karte ist noch nicht da, schöne Scheiße, Freunde. Wir sind wieder live, richtig. Ja, manchmal ist es so. War da anständig gewesen? Ja, Radio Hot Rod, aus dem Stau raus, alles klar, mein Freund, zu dem Tag wünsche ich dir. Schön, wieder abgepasst, wenig Tinos da. Jetzt kriegst du eine Klatsche von mir, Radio Hot Rod, ach, Radio Hot Rod. Ja, der erste. Wann, 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 keine Ahnung. Vielleicht heute Abend, wenn das Wetter vernünftig ist. Nee, das stimmt Frosch und Frosch. Bessere Wochen im Leben. Ich muss mal aufpassen, der Popo ist sehr lichtempfindlich. Und ich muss jetzt mal die Aufmerksamkeit durchführen. da sind wir wieder beim thema die holberstraße hat sich die kamera der kommentiert jetzt nicht mehr grüne jetzt stülze schweißpilze genau müssen wir uns bedenken heute pilze sind nur der fruchtkörper der da oben auswächst mit micel der eigentliche pilz erstreckt sich im waldboden der kann viele hundert kilometer groß sein gut man streitet sich ja sowieso ob pilz ist weder tier noch pflanze aber das ist auf alle fälle die größte lebensform die wir haben ja deswegen ist es auch so gefährlich wenn man irgendwie pilze pilzbefall im körper hat ja wuchert da genauso ne kann man nicht das ist ja das ehrerliche pilzenblas ja wir holen uns jetzt hier mal am bauarbeiter im männer kaffee bis gleich ich bin gleich zurück ich bin gleich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 in berlin schön die fettbott-genre in die fiffen hier Svendrik Radio FM Radio Jam FM Hallöchen Na, das ist ja eine Ehre Radio Jam FM Hey, es tut mir leid, Freunde Ich hab gerade den Mund voll Das ist mir ja peinlich Freunde Radio Jam FM, kleiner Sender Aus Berlin Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte Komm mal Ja, gerade ein bestimmter Adler Ich mach das Schlinge Hey, Dankeschön, Freunde Willkommen beim Roadtrip Willkommen in der Baustelle Vor den Toren Berlins Aus dem Hapelland Ja, ja, Hakan, du Schlingel Das ist doch bestimmt die Saat Rede doch mal hier zu dem MacDusens Auto Oh, die Kamera ist abgeschmiert, Freunde Pyro Freak Danke fürs Folgen Aber ja, meine Ersatzkamera Das ist die Qualität gut von euch Gute Moderation Kann ich euch wärmstens empfehlen Alles klar, Hakan, mein Bester Danke dir Okay Dann weiß ich Bescheid Marek Der Mikro Ich hab da wieder bessere Bild, Freunde Wenn ich die GoPro wieder zum Leben erweckt habe Oh, da ist ja wieder die GoPro Ja, also willkommen Raiders Willkommen Freunde Was passiert hier? Wir fahren manchmal hoch Wir sitzen im Auto Wir fahren nicht grundlos umher Meistens auf dem Weg zu arbeiten Außer heute, muss ich die Post abholen Ja, aber wir spielen immer elektronische Musiken morgens abends Und wenn ihr sehen wollt, wo ich gerade bin Könnt ihr gerne hier auf den Standort klicken Da kommt der Link Wie gesagt, von den Toren Berlins Und A-technisch Gucken wir mal mit dem alten Volvo umher 170.266 Kilometer Wisst, dass der TÜV entscheidet Ja Wir sind wirklich live, Freunde Also ich sag nochmal In meinem Auto Die Technik in meinem Auto Zum Stream Ist mehr wert Ist das Auto überhaupt noch Aber ich fahre immer alte Autos Ja, und Hier mein regulärer Streamingplan Und dann gibt es noch IRL Content Mit Rucksack Wenn Und Studiostreams von zu Hause Dann ist der ganze Zauber hier Dankeschön Radio Jam FM für den Raid Willkommen, Freunde Einzig Problem, was ihr nachher marken werdet Ist unsere liebe mobile Internet Da zickt es manchmal rum dranbleiben Wir streamen über SAT Wenn der Stream abschwert, kommt Pause Szene mit Clips Ja Das ist der ganze Zauber Die Grupo ist aber zickig, Freunde Die Grupo ist sehr zickig Da muss ich wahrscheinlich mal wieder ein Update machen Von der GoPro Webcam App So an liegt es meistens Und ich sage euch mal eins ja Radio Jam FM Ist doch von der Musik aus wahr Eigentlich voll mein Ding Machen sie sehr gut Die anderen Und ich bin mir noch nicht sicher, ob Haka nicht seine Finger hinter dem Spiel hatte. Weil der redet nämlich auch immer. Ja, das ist der Radio-Jet mit ihm. Der Schlingel ist der, ein cooler Typ. Wir sind hier übrigens gerade in Ribbeck. Der Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Da fahren wir gerade durch. Und weil wir so ein bisschen die Autokultur feiern, gibt es auch von mir noch ein kleines Videochin dazu. Wir sind hier im Hafenland. Wir sind hier im Hafenland. Nächste der Ptankstüttel. Naja, wird bestimmt auch bald legalisiert. Na, hier ist natürlich schön klassisch unser Fuchtbilder. Gehen sie wieder los. Achso, ich bin rein. Ich bin dringend empfohlen. Wer noch nicht da ist, Discord Freunde. Robert, Hallöchen. DJ Robert, Mr. Pinneberg, guten Morgen. DJ Robert, da ist er. Ich glaube, der Radio Hot Rod ist leider nicht mehr da. Aber mit dem würde es so weniger Wellenlänge sein, so richtig. Mach doch, Grönne. Ich bin's doch eh wieder. Regenzeit, ja. Seit Wochen. Außer die letzten zwei Tage waren er relativ gut. Die war ja unlobbar. Da kommt der noch. So, warte mal, gibt der nochmal Ausrufezeichen. Nee, ist er kein Community. Wie viel? Ich habe gesagt Blitzer, aber er steht auf der anderen Seite. Macht natürlich momentan wenig Sinn, weil sie hier sowieso alle bremsen müssen. So. Song gegen mich? Warte mal. Steht doch da. Dann geht das Songbefehl bei dir nicht. Doch, steht doch. Geht doch. Ach. Hab's geworden. Geil. Bist du geil? Dankeschön, Freunde, dass ihr mir gratuliert. dass ihr mir den Battle Royale-Sieg gönnt. Tolle Community. Siehste. Ja, Enrico. Enrico, du musst mal vielleicht bei mir denn, wenn du keine Live-Benachrichtung gekriegt hast, aber gestern war auch ein bisschen Hack-Mack. Weil der Stream ist dann gleich am Anfang total abgeschmiert. Die mussten stoppen. Vielleicht lag es daran, weißt du. Viel Spaß beim Löw kennen, BVZ. Und so, hier wird's nochmal Funkloch technisch ein bisschen schwierig. Dann müsste es eigentlich klappen. Ich vermissbro. Ich vermisswarte, denn ich bin mittel. Ich vermisswarte auch noch ein bisschen. Ich verrund das aber nicht. Ich vermisswarte, wenn ich keine Riefrele befinde! Ich vermisswarte, sondern ich tritt. Ich vermisswarte, weil ich zumitze, wochen muss. Ich vermisswarte, wochen muss. Auch mal nach Hamburg. Na, Robert? Das klingt mir doch so nach ... Irgendwann sind wir dauerhaft in Thailand. Er ist schon da. Er ist schon wieder gelandet, vorgestern. Golan? Nee, ein bisschen später vielleicht. Schöne Musikwelle. Passend zum herrlichen Sommerwetter. Schöne Musikwelle. Ja, Robert. Haben wir uns ja schon mal weh. Den Robert kenne ich ja auch persönlich. Haben wir uns wieder schon mal wieder ausgetauscht. Aber da hinten scheint schon Richtung Berlin ein bisschen heller. Vielleicht kriegen wir jetzt Richtung Berlin nicht mehr. Alles klar. Tschüss. Das ist natürlich ein Traumpilzwetter, Freunde. Wenn es so regnet und dann irgendwann wieder die Sonne scheint. Bürofreak, wie meinst du das? Beklären wir mal. Kleine Frage. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, jetzt regelt es richtig doll, Freunde. Oh, danke schön für den 13 Monat Resub. Zappel Philipp. Zappel Philipp. Zappel Philipp. Zappel Philipp. In der Abo-Falle. Und Golan auch ein kleines Abochen. In kurzen Monate. Dankeschön, Golan. Also los, Freunde. Bleibt ihr verrückt? Hallo Zappel Philipp. Hallo Zappel Philipp, mein Freund. Verdammte Abo-Falle. Ja, ja. Zappel Philipp, mein Freund. Frei. Schön. Man muss Auto in die Version. Doof. Routinewartung oder überhaupt zerschossen? Routinewartung. Erst wieder regnet. Jetzt kann ich mal ein Mikro an die Scheine reichen. Warnsam, oder? Wartung und Zufall, das geht ja immer noch. Zappel Philipp. Nein, heute nicht. Zappel Philipp. Zappel Philipp. 13 Monate und heim den Hauskitzel. Vielleicht wird es laut rennen. Dankeschön. Zappel Philipp. Wir sparen Geld, wir müssen die Nachhinein bezahlen mit Freunden. Et al, der Hype Trang ist da. Ruhig bleiben Freunde und nicht eskalieren. Egal, das ist eine große Ehre. Im Endeffekt bezahlst du ja Prime trotzdem. Wenn du Prime nicht bezahlen würdest, könntest du auch nicht mit Prime abonnieren. Dankeschön, Freunde, für den Support. Ihr seid verrückt. Aber es ist schön, dass der Zappel Philipp mal wieder in den Weg ins Auto gebunden hat. Wenn du den Kaffee hier schlafe, schlafe ich definitiv nicht einfacher. Wir haben mich auch vermisst. Dann macht der Job, den Lüftet noch. Dann macht Hannover. Hast du deinen Dialekt schon abgelegt? Ja, das hat sich ja letztes Jahr schon so angedeutet mit dem Job. Musik 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 Echt jetzt? Ja, so ein Zufall. Musik Danke für Spotsperren. Ja, haut sie mal raus, die bösen Bots. Haut mal raus, die bösen Bots-Zäune. Musik Ja, posch ihn posch, pack da nicht drum rum. Musik 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 Dankeschön für den Hype Train. Danke für den Support. Et al, der Hype Train ist beendet. Danke, Freunde, dass ihr Mectives unterstützt habt. Musik 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 Ich wollte Post abholen. Ich habe eine neue EC-Karte gekriegt. Ich dachte, die ist jetzt angekommen. Ist aber noch nicht. Ich habe mich noch nicht umgemeldet für Sitzapelfille. Deswegen kommt die Post immer noch zu meinem alten Zuhause. Musik Alles klar, posch ihn posch. Musik 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 Hannover wär schön, wa? Nee, das ist leider nicht. Ich werde bei jedem Atem Wiese trinken. Ich glaube, Philipp ist ja bei den Spritpreisen die besten, die er machen kann, oder? Wie viel Arsch ist mit Wix? Du bist hochlandgefahren. Nach wo du dann wolltest. Das war's. Die Dani sperrt fleißig die bösen Bots im Hintergrund, das ist schön. Parchim, Tapelfilip, von den Globetig-O-Boards entschärft, genau, da ist sie, die Dani ja ein bisschen. Parchim. 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 Das heißt, wenn man ein Wohl schießt, ein Wohl schießt, Like cheers, for instance, but if someone sneezes, you can also say zum Wohl, too. Na, die Endspots kamen bestimmt mit dem Raid, wa? Dani? Oh, fischen, ja. Kann man los sein, Gott sei Dank. Du putzig drum, Freunde. Keine Ahnung. Der Klassiker, umfahren und umfahren, ja. Ja, vor allen Dingen, Dani, du bist ja auch, eigentlich ist es ja auch ein Hoffnungsloser, aber wenn du überlegst. Frenchcore eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin heute aber zu meinem anderen zu Hause gefahren, weil ich Post abholen musste. Deswegen stream ich so lange. Normalerweise morgens immer so alle Rep-Stunden. Aber heute, ja, Post abholen, die noch nicht gekommen ist. Und wenn du, guck mal, wenn du sehen willst, wo wir sind, kannst du da mal auf den Link klicken. Dann siehst du den Standort. Da öffnet sich ein extra Fenster mit einer Karte. Kannst du da kennen, wir sind hier quasi westlich von Berlin unterwegs. Und da mix. Und da, bis. Und da, bis. Und da, bis. Und da, bis. Bis zum nächsten Mal. Ich habe einen French-Core schon irgendwo gelesen. Hier auf dem Chat. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich überlege gerade wo. Fällt dir das ein? Oh, das ist scheiß GoPro. Wir bleiben jetzt auf der anderen Kamera hier. Was man auch machen muss, Freunde. Bei der GoPro ist es auch regelmäßig. Erstmal die GoPro Webcam App updaten. Und die GoPro auch regelmäßig updaten. Guck dich. Ich habe bei mir immer noch am Anfang noch ein bisschen geschrieben. Aber nachher habe ich bloß noch Soft und Hard. Da habe ich mir mittlerweile alles in meinem Kopf. Naja, eine halbe Stunde. Krabbel, Philipp, Pistron. So eine Stunde ungefähr. Ja, ich glaube, das war ein paar Wochen gewesen. Du bist froh. Jungs. Ach. Ich habe immer relativ. Du bist doch geregelt. Ich habe immer noch einen guten Tag. Ich könnte bei Herz Techno gewesen sein, oder? Da gibt es auch einen Streamer, den ich kenne gar nicht. Oh oh, unser Internet! Ich könnte auch mit der GoPro dran liegen, dass ich den Grafikkartentreiber von NVIDIA hier updaten muss. Ja, das könnte auch sein, das machen wir nachher. Das kann ich jetzt natürlich machen, weil dann alles abschmiert hier. Naja, letztendlich durfte R8 nicht vergessen. Meine hier im Auto. Das ist natürlich auch mal alles semi-optimal. Dann wackelt natürlich alles, die ganzen Anschlüsse, gelegentlich Kabelbruch und den ganzen Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Wie zum Beispiel den Ladi-Rät, Freunde, von der Batterie für den Router. Ja, da ist es. Ja, der hat auch Kabelbruch, aber den Stecker bräugt hier. Und diese Dinge, schwierig zu bekommen, Lieferschwierigkeiten. Die Ladi-Slinge. Die Ladi-Slinge. Die Ladi-Slinge. Ja, du musst, ich hab diese Geforce. Die Geafted-Update-Programm. Das ist eigentlich ganz gut. Die VZ. Jefferson Re-Sub. Ja, wie geil. Ja, ich bin nicht überlegt. Das ist einmal um zu Frieden. Keine Ahnung. Jefferson. Danke für dein Resub und willkommen in der Abo-Falle. Danke für dein Resub. Aber das Problem ist, ich habe keine Werkstatt mehr mit Löten und so, sonst wäre alles kein Problem. Wir hätten das schon halt zusammen gelötet, weißt du? So eine Wohnung will ich nicht löten, das klingt dann alles. Und Beikon, da ist er, Schäffersen, Hallöchen, gar nicht in die Marensapelfülle, weil es da immer regnet, die letzten Tage. Ohne Ahnung, 2 Femille, normaler Tag, Beine, ich muss da überholen hier, hinter mir wurden die Drängel, neben mir kommen sie aus dem Tee, was ist hier los? So, jetzt meine Chance. Jetzt habe ich Philipp Kramle im Tischtennisbuffet, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wüste geht auch nicht. Okay. Was ist da schon wieder für eine Träufelei? Hm. Betechnisch. Na ja, wie es jetzt aber verlippt. Wäre ja auch mal ein Wunder, wenn hier mal alles funktionieren würde. Aber das ist VHSC, Freunde. Das ist VHSC. Viel Spaß im Lörf, Daniel, nachher nochmal für deine Mod-Hilfe. Viel Spaß beim Lörf. Ich bin der erste. Ich habe keine Ahnung, das ist ein Problem, wisst ihr? Ich bin ein Mixed-Up-Bot. Ich habe mich abgeschmiert. Ich muss den Bogen mal neu starten, dann müsst ihr mit dem Befehl noch gehen. No Connection. Bis ich startete, doch eine neue Begrüßung. Ich habe mich abgeschmiert. 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 Jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder. Ich habe mich abgeschmiert. Ich habe mich abgeschmiert. Hier drin. Dann dieses ständig schwankende Internet. Die ganzen Vibrationen hier drin. Das ist gar nicht cool. Die anderen großen Funk-Reiseite machen. Ich habe mich abgeschmiert. Ich habe mich abgeschmiert. Ich habe mich abgeschmiert. Ich habe mich abgeschmiert. Das ist ein Naja, das ist aber auch so, da musst du kurz mal Pause drücken, wenn du den Stream ein paar Sekunden warten und wieder Play, dann ist die Latenz meistens weg. Na, PC ist drin. Naja, ich hab mich so eingestellt. Die Grünen, eine Feier für die Männer auf dem Segelwerk. So, was ist jetzt hier mit Regen? Wer hat da ein Tee auf? Letzten schüchternen Regentröpfchen. Ich hab mich so eingestellt. 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 Ja, Huss. Bist du wieder. Mit deinem schönen Namen. Herzlich willkommen. Ich hab mich so eingestellt. So, ich hab euch noch eine Betulperieroner in Appillingzeit gewöhnt. Das ist der Eikisar. Wir haben auch den Zettbüter. Das ist der Muppe, die Beratung. Der Zettbüter ist der Zettbüter. Der Zettbüter ist der kleine Kröder. Klapp. Der Zettbüter ist ein bisschen safe. Das Auto wird wieder zurück, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte mal, hat schon ein Mitschnitt. Na, der Enrico Schüsselbecks kommt aus Dresden. Moschen. Warte, wollte er den Moschen nochmal sehen. Moschen. Spiel. Techno. Ja, komm. Ja. Der Text ist nicht mehr ganz aktuell, aber vielleicht kommt es da. Das kommt unter der Link, Moschen. Da seht ihr ihn. Die Technologie. Ich hab den Morgen hintergekommen und die kleinen Features. Guck mal, meine Sicht und so. Meine Erfolge, wo ist es da auch, ne? Hat er extra halt noch gebaut. Letztes weiter die macht da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss mal den Text da rausschmeißen, den Command ändern, dann können wir das wieder regulär benutzen. Dankeschön! Das ist low, weiter Sound. Techno! Du kannst am Anfang doch hören, weil ich doch mal geladen kann. Da war ein softer Sox, mir so ein Freude. Das ist gut. 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 Grüße zurück, mein Freund. Guten Morgen. Vollzeit, clean Scheibfehler. Österreich, Freunde. My family, Julia. I love you. We do that today. I love you. 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 Wieder ins Homeoffice ziehen, musste Posten abholen und deswegen fahren wir wieder zurück jetzt. Das sind ja nur die Treuepunkte von Stream-Elements. Kanal-Punkte schenken kann man ja nicht mehr. Was ist das, guckt mal jetzt gleich, das erfreut mein Herz, guckt mal hier, schöner Ford, alter Ford Pickup, geil. Geil Detail gewesen ist nie immer, oder? Aber mit zunehmendem Alter wird man autotechnisch vernünftiger. So ist ein unvernünftes Auto, wo sollte ich da mit meinen Hunden hin, Freunde? Genau. Jetzt, Sven. Nee, das ging nicht, ich kann ja hier meinen Standort so geben. Dann ist mir noch ein bisschen zu heikel, weißt du, ich meine, wir ist immer nicht zugucken und so. Jetzt wieder beim Thema Grüne. Grüne hat wieder auf seinem Quackproben. – H win-Wohnen. – H win-Wohnen. – Guck, mit einem H accounting ab. Wohnen und gar nicht leckern. – H win-Wohnen. – H win-Wohnen. – H win-Wohnen. – H win-Wohnen. Jetzt sind wir gleich noch mal die Playmisten des heutigen Tages. Oh, eu faço o que isso aí no game. E-V-Z. Oh, Baustelle. Dann ist mal rückwärts hier. Kann man machen. Oh, Kopfhörerzickel wieder auf meine Auflagen. Vor mir ist jetzt gerade ein Auto, habe ich überrollt. Das ist ein Berliner Caddy Galgentrio. Googelt mal jemand. Galgentrio, drei Typen im Smoking-Anzug. Interessiert mich mal, was die machen. Das klingt so ein bisschen aus wie Max Rabe vielleicht. Max Rabe mit Musik. Googelt mal Galgentrio. Stimmt so einer, oder so einer Comedy. Wie Galgen, wie Galgen, genau. Wie Galgen, hier so wie aufhängen. Alles klar, Trendsetti. Dankeschön, dass du dabei warst. Danke für den Support. Und einen schönen Tag noch. Ja, morgen früh zu Hamburg. Verlust habt, Freunde. Ja. 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 Ich möchte die Dach zur Seite doch mal aus. Ja. 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 Daahna. Ja. Ja. Danke. Mit Kontrollen Ah, geiler Song, Freunde. Wer hat von euch hier Film Berlin's Calling geguckt? Oh, oh, Musikdopplung. 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 Ja, grüno, hättest du sein können, oder? Zappel, Philip. Hat es Battle Royale gewonnen. Gratulation! Was ist schon wieder passiert? The first. Favorite Darkness. Hello, good morning. Nearly, nearly lunchtime hier in Germany. Die Masse schlaft. Favorite Darkness. For you, it must be very early. Very, very early. Nee. Kann sein. The first. Obwohl es ja auch ein bisschen widersprüchliches war. Wenn wir uns jetzt hier meine Nachung der Belohnung angucken. My favorite Darkness. It's German coffee. I think it's a little bit stronger than your coffee. 2 a.m. Crazy. I told for my darkness. The German coffee is stronger than your coffee. Okay. Rittert. Weitzwut, Leute. Ah, Freunde. Muss ich mal strecken. Du bist zack. Du bist zack. Playing button. Wie geht's. Wie geht's. Es ist das für die. Die sind. Wäden. Ich bin. Die. Die sind. Die sind. Die sind. Sie sind. Die sind. Ich bin. Dann ist das Problem. Wenn du zu spät wohnst. Ja, mach mal. Ich wollte es nicht mal. So, ja. Oh, die App sagt Unfall, Freunde. Gut, muss nicht aktuell sein. Falls es so ist, gehen wir dann kurz mal auf den Pause-Bildschirm. Okay, die Prozesse hat übernommen. Nee, es können uns dann mehr, Freunde. Ja, das würde ich mal sagen. Rico. Haben wir schon weggeräumt. Ich bin im Fall. I don't know. Dramit, please. Dramit, please. Oder edle Tropfen mit Nuss. Kennst die noch, EVZ? Die ist nur lecker. Das ist wirklich so ein... Das ist so ein... Das Snackaback macht total, mit Prozessen. Aber ich gucke, glaube ich, letztes Mal. Keine Ahnung. Ein Jahr her oder so. Ja, aber EFZ schmeckt doch alles süß. Es schmeckt doch trotzdem alles süß. Eierlikörchen ist auch eine gute Entscheidung. Ich habe so einen italienischen Eierlikör zu Hause und einen italienischen Eierlikör. Dann macht man ein Eierlikörchen ein Glas voll und so ein Blub von dem Schokolikörchen rein. Oder Kirchlikör. Alles geht immer. Ja. 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 Ja kaum reden wir über so ein Likörchen, da klingelt es in den Rohren, wäre der am besten taucht auf. Ja so ein Fuchs. Das ist ein Dosenöffner, haben wir immer früher gesagt, hätte am besten. Da hast du doch bestimmt auch eine Hühnerfarbe in deiner Nähe, oder? Aber irgendwo müssen die Eier herkommen. Das ist ein Falschmecker. Ja. Oh ja. Habt ihr die Nähe? Wenn ich mal versucht habe zum Thema süß und salzig, Salty Paramelleis, dann muss ich sagen, dann probiere ich das. Dann kommen sie halt ein bisschen nochmal her. Was ich gut finde, ist Schokolade mit Chili. Wir haben ja unser Steaknummer gemacht hier. Das ist die Befreundung. So. 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 So lecker. Jetzt gleitet die Diskussion wieder ab im Chat, ich sehe das schon. Wahrscheinlich die einzigen Hunde-Goladen, die sich auf Silvester freuen, oder? Stimmt, der first gleitet immer ab, wenn er im besten Stream kommt. Das war's. Grüne, was ist los bei dir da? Ja, stimmt. Wenn ich noch einen hier habe, kann es vor der Spitze aber tätowieren lassen. Sie freuen, habt ihr jetzt davon? Deswegen Kaffee, Biopause wieder fällig. Ja, was macht er hier? So Freunde, ich bin gleich zurück. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Ja, guck dir aber mal den 2nd Chevy an, Freunde. Tahoe. Grüne fährt Audi, Freunde. Ja, guck dir. Da macht der Pick-up-Service keinen Sinn. Das ist ein bisschen scheiß. Ja, guck dir. Ja, horch. Schöne Autos, das stimmt. Ja, das stimmt. Genau, Hautbarrette die Kerbe. So, wir machen uns runter von der Autobahn. Jetzt haben wir noch meine In-Ear-Dingerladen hier. Ja, guck dir. Das ist wieder unser Jamiro-Frei-Song. Also so ähnlich wie ich am Rückwein. Ja, guck dir. Ja, guck dir. Danke fürs Lob. Das musikalische. Daumen drücken, dass uns das Internet jetzt hier nicht allzu sehr errat. Du, zu Recht. Ich glaube, der hat heute 10-mal gewonnen, oder? Der Gröner. Killa, Hallöchen, guten Morgen, Blingi, Blingi. Herzlich willkommen. Die gute Idee. Aber Kila, jetzt kann ich das endlich ändern, seinen Namen im Begrüßungstext. Und jetzt 30 von hier ist das Split. Schauen wir mal 30 von. Was sagt denn eigentlich der Akkustand? Wunderbar, Batterie, Router, voll. Das freut mich. Naja, der First hat sich ein bisschen hochgezogen mit dem Audi. Aber wir haben festgestellt zurecht, weil du wie auch immer Battle Royale ziemlich oft gewonnen hast heute. So. So. Ab in den Funklauchwald. Raus aus dem Dörfchen. Aber Gründe, du hast auch genug trainiert mit dem Battle Royale. Von daher ist das bestimmt alles fair abgelaufen. Naja, das ist zuhause, das ist die. Hab ich gesehen gerade. Da werden wir vielleicht auch nachher hinreden, Freunde. So. Da kommt er, der vom Glockwald. Bei den Dinos schwächelt ein bisschen. Ja, das machen wir wahrscheinlich auch. Ich mach mal schon der First. So, auf meiner App hier. Erstmal hier 50 fahren, weil ihr Produkt gerne geblitzt. Das macht ihr jetzt. Und dann geht's. Fynn. Das macht ihr euch mal so. 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 gleich schafft durchhalten doch den refresh nämlich internet so umziekt kann es nicht schaden und weiter geht's so etwas wo jetzt noch zwischen dem scheiß wechsel von lte in 5g durchkämpfen dann müsste der nicht gehen aber wie schön wäre wenn wir wirklich flächendeckend werden traum schön langsam und die kurven What's it? Klanglos, sang und klanglos. Klanglos, sang und klanglos. Ist ja fast eine kleine Weltreise, oder? Eine kleine Weltreise. Dort haben wir ihn abgespult. Guck mal, 352 Kilometer. Guck mal, 353 Kilometer. Guck mal, 353 Kilometer. Guck mal, 353 Kilometer. Guck mal, 353 Kilometer. So, jetzt fahren wir zum Unspannwerk, dann gehe ich mit meinen Hunden raus, was ist denn hier los? Was ist hier los? Das ist nicht schlimm, spaßig, Geldfroschifrosch. Seid zufrieden, siehst was von der Welt und brust, wie gesagt, selber nicht bezahlen. Ach, was macht denn der Megiddo da? Der Raided, Hallöchen Raiders, willkommen Freude, danke Megiddo für dein Raid. Hab ich gesehen, du bist online. Megiddo, allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Megiddo, danke für den Raid und eine angenehme Weiterfahrt. Ja, willkommen Raiders, willkommen Megiddo. Ja Freunde, bei Megiddo, da ist der Link, gerne mal Follow-Button drücken. Sehr, sehr schöne Musik, Freunde. Kann ich euch nur empfehlen. Toller DJ. Ja Freunde, willkommen beim Autochin. Ja, und für die Raiders, für die mitgeradeten, wenn ihr sehen wollt, wo wir gerade sind, da ist der Link, könnt ihr draufklicken. Und ja, wir fahren mit dem alten Volvo mehr, mit dem hier. Wir spielen elektronische Musik dabei und im Hintergrund rappeln schon meine Runde, weil sie wissen, das geht ja raus. Das geht aber, das spielt heute. Was gab es bei dir für die geneigten Zuschauer? Haus. Mir fällt noch Megiddo, dass Haus, also klassisch Haus, ich habe früher häufiger gespielt, so ein bisschen irgendwie in Deutschland nicht so, weißt du. Aber ich mag total, ich mag total. Und ich muss wirklich auch mal wieder einen richtigen Haus stream machen. Und ich rede nicht von Tech-Haus, sondern ich rede wirklich von klassischem Haus. Was? Könnte man für den Morning Road auch mal machen. Mal aussehen, ja. Mal aussehen, ja. Ich bin jetzt twitch. Guck mal nebenher nicht hin, dann ist er im Auto irgendwo, ja. Hallo, herzlich willkommen. Sehr schön, Megiddo. Ich finde gut, dass DJs noch ein bisschen die Stange noch hoch halten, die Fahne noch hoch halten für Haus. Ja. Im wilden Osten auf der Holperstraße. Für meine Kamera, der Lobby kann ich mal die andere Kamera anmachen. Du siehst mal, was das hier für eine Holperstraße ist. Mal streamen wir uns über GoPro und ich schluck da die ganzen Schlaglöcher hier. Hausmeister, ja. Hausmeister, ja. Auf der Meiner-Runde, ja. Wir legen gleich durch die Speine. Genau, das ist ja. Vorfreude her. Oh, der Feuerflug am Bad. Ja, das stimmt. Nicht nur Bullard, die müssen auch mal ihr Geschäft verwecken. Normalerweise kriegen sie das so um. Nein. Guck mal, ob der Blitzer hier da steht. Blitzer haben sie abgebaut. Ja, das ist ja alles, steht noch hier, Schweinebande, steht noch. Das ist ja alles Lallaby digitalisiert bei mir. Auch meine Hände nicht. Das wurde mir vorgelesen in der Chat, wisst du? Alles safe. Du musst keine Angst haben. Oh, oh. Es ist keine Straße mehr hier, nee. Das ist jetzt Umspannwerk, meine. Wir sind vom Arsch der Welt. Alles automatisiert bei mir. Warte mal, kann ich ja sagen. Ja, ist drauf. Obna, wie wisst, warum. Weil man hier offiziell hinten durch am Wald lang zu irgendeinem Dorf fahren kann. Nein, da pullert die Rand. Hier geben wir auch Pilzesuchen demnächst, Freunde. Und Brombeeren. Und Brombeeren. Ich will mich Brombeer-Schnaps ansetzen. Ja, ein J-Video, die haben zwei draußen genommen. Alte Berliner Sprüche. Oh, da bin ich. Da bin ich, Freunde. Bisschen weiter rüber. Spitzen-Content. Der Lüfter für die GoPro. Na, ist auch ein bisschen heller. So ist besser. Hier wird die Hexe. Genauso ist es. Genauso ist es. Genauso ist es. Jetzt geh ich hier ins Internet drin. Da hab ich eine neue Startseite drin. Startfenster.de. So ein Scheiß. Was ist denn hier schon wieder passiert? Krass das. Wenn sich das immer selbst verstellt, Freunde. Ich will sagen, Freunde, man fummelt nur am Internet rum. So. So. Oh. Boom, boom, boom. So. 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 Das Supporter, das ihr folgt, da kriegt ein Herr noch von mir eine Nachricht. Danke, Freunde, kopiert den Text und dann ab geht's weiter bei DJ Fresh Hacks, wie die Amis immer sagen. Bis morgen, ja, morgen früh geht's nach Hamburg, denkt dran, ja. Dankeschön und bye bye, Freunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.